So, dann willkommen zu einer neuen Runde. Oh, die Spinne ist da und... Ich denke mal, da werden wir auch wieder ganz schnell auf die Gegner treffen. Ja, die Spinne ist jetzt... Ja. Ach so, da drüben ist das Rätsel. Ah, ich sehe es gerade. Muss ich hier oben drin sein. Ich hoffe nur, dass da nicht wieder so viele Zombies da sind, wenn ich die Tür aufmache. Ach, du warst schon drin. Ich bin schon drin. Ah. So, Hinweis aufgedeckt. Ausgezeichnet. Wo ist denn der Nächste? Ich sehe gar keinen. Hm, der ist so versteckt. Ich vermute mal. Dass wir bestimmt ganz schnell auf die Gegner treffen. Das kann schon sein. Oh, eine Schwarm, Mama. Uiuiui. Zwei sogar. Sehr gut. Ja. Das ging ja ratzfatz. Ruck zock auf. Oh, da ist noch eine dritte. Oh. Die frisst ganz gut, wenn man nicht den Kopf trifft. Mama Melona. Das ging ja ratzfatz. was so das wird hier unten drin sein vermutlich ja da sieht man so genau darauf gefallen ist ja gut das nämlich einsatz oder wie karel gott singen würde und diese biene die ich meine heißt mal ja die war mit ihrer fackel kommen wir meinte hinweis aufgedeckt na gut was sagst du gehen wir vor ja ich würde ja sagen wir hocken uns da so ein bisschen vor unserem ziel es kann aber auch sein dass die schon sogar schon da sind alt das kann schon sein ja ich würde ordentlich geballert vielleicht besorgen die der spinne ist schon oder dann würde unsere strategie gar nicht aufgehen ja dann warten wir bis sie rauskommen das ist auch gut das hört sich auf jeden fall noch weit genug an oder die baumstimme sehr cool jetzt hört sich ein bisschen näher an und der baller ziemlich schnell das ist schon wieder so ein geiles repetiergewehr das ist schon wieder so ein geiles repetiergewehr das ist schon wieder so ein geiles repetiergewehr und jetzt sind ja einen guten platz zum auflauern also das wird auch 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 es kommen jetzt welche ja ich glaube nur wenn das so rot aufleuchtet oben links diese oh ja ja mal kurz um die ecke gucken die spinne wird verband haben die das hat er hat aber auch einen porno schuss gehabt hier der typ das ging die ganze zeit ja nur barbarm 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 auf jeden fall sehe ich niemanden die werden wahrscheinlich in der hütte sein ich gehe mal hier links von dir und wie lang vielleicht von zwei seiten angreifen falls sie rauskommen ja das war gut ich werde gleich sterben man weiß es nicht man kann nur hoffen gegner in bewegung hat hier rechts aner geballert ob da irgendwo die tür oder so auf geht oder das ist wieder rechts das ist jetzt übel wir sind jetzt ein bisschen eingekesselt vor uns sitzen sie wahrscheinlich im haus und hinter uns kommen die anderen und wollen auch irgendwie ein stück vom kuchen abhauen ich glaube ich bin auch an einer besseren stelle aber ich bin ja auch nicht sicher ich bin nicht wirklich in einer besseren stelle das ist auch schwer einzuschätzen hier gucken ich schieß mal mit der leisen pistole auf so fass gucken das ist gut ob ich die damit ein bisschen irritieren kann ja ich versetze sie in panik wir haben es gleich geschafft so die haben die trophäe eingesammelt das heißt sie sind auf jeden fall noch im gebäude also wenn du drückst dann siehst du wo die sind da wo die blitze hinschlagen sind sie immer noch im gebäude ich gehe mal runter und dann dann schleich mich immer um die ecke aussieht jetzt kommen sie da links die kommen sie in deine richtung ja der ist sogar links von mir also in richtung nordwesten du siehst ja wo das blitz einschlägt das blitz ist sind kürter jetzt gerade unter mir ich kann gar nicht unter aber eine trophy gibt es noch die könnten uns holen ich weiß nicht warst du das ich war das hier unten ja doch schon hinter uns würde ich sagen also ich meine die richtung können wir uns theoretisch nur eine trophy holen ich vermute mal die wände ein zwischengepackt haben hier ist sie trufft mehr sammeln ruhig an wenn du durch ich habe mehr kohle ok ja jetzt müssen wir noch raus und das ist schon eine weile hin im grunde müssen wir ihm folgen sonst kletter ein ja der ist schon über alle berge und war raus rennen ja also ich gehe jetzt in richtung raus genau komme ich mit kann sein dass ich auch vorrennen falls ich erschossen werde kannst du in eine andere richtung kann sogar sein dass er da auch hockt aber muss ja nicht ja wir werden auf jeden fall sehen wenn es aufhört zu blitzen dann ist er schon raus ich warte mal kurz auf dich ich erschieße wir haben die verstand eben du hast die statue erfolgreich extrahiert oder die trophäe besser gesagt der hat bestimmt ein paar zombies erschossen und wartet da jetzt ich glaube der ist schon raus du kannst ja hier warten solange wenn ich warst du das ne da hat doch jemand geschossen doch der ist noch da ja ja und ja 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 da ist ja super ich komme mal kannst kannst du dann sagen er hat keins ich weiß gar nicht da ist noch einer ich weiß nicht wo ich rüber aber ich glaube ich sehe hinterm wagen oder das war das pferd ich habe hinterm zaun da was wackeln sehen aber das war wohl das pferd tja das pisse jetzt so ich wage mich diesmal vor vielleicht ist auch abgehauen hat jetzt einen anderen ausweg genommen und das kann sein ja wir sind raus geil schöne runde